Das ist ein offizieller Recruiting-Film der Polizei Berlin. Na klar könnten wir zeigen, wie lässig wir posen. Oder wie wir in Zeitlupe durch die Luft fliegen. Wir könnten unsere Flotte zeigen, klein, mittel, groß, größer oder richtig groß. Oder die erste Polizeipräsidentin Berlins. Wir könnten unsere Spurensicherung zeigen. Unser SEK. Ein Haufen Drogen. Unser Social Media Team. Unser Kunstkommissariat. Oder unsere kaltschnurzigen Kollegen. Natürlich könnten wir auch zeigen, dass wir in der coolsten Stadt der Welt arbeiten. Mit Kultur und Subkultur. Oh, sorry. Wollen wir aber nicht. Was wir wirklich zeigen wollen, ist Haltung. Wir schützen deine Rechte. Auch das gegen uns zu sein. Super Kürze. Steht bei uns für All Colors are Beautiful. Wir feiern Gleichberechtigung. Wir wollen uns den Respekt der Straße nicht erkämpfen, sondern verdienen. Wir sind alle verschieden. Aber jemand fehlt noch. Du. 110% Berlin. Jetzt bewerben.